hallo ihr lieben ganz ganz viele von uns haben gerade so das gefühl bei euch kann nicht mehr oder innere prozesse kegeln uns hier durch die bahn und das ist nicht ungewöhnlich was da jetzt gerade passiert denn es geht um einen so tiefgründigen prozess der etwas so schönes beinhaltet und du hörst es wahrscheinlich auch mich hat es voll erwischt und das eigentlich schon seit einer guten woche und eigentlich hatte ich echt überlegt diese podcast folge heute zu schwänzen aber ich dachte mir no no das thema ist ganz doll wichtig und deswegen nehme ich euch mit auf die reise herzlich willkommen zu deinem lebe glücklich podcast mein name ist linda giese in seines potenzialkoach und chakratherapeutin innere prozesse sind gerade so dermaßen im aufwühl fällt und es geht darum dass wirklich die ganz ganz tiefen themen aus uns selbst herausgespült werden und das kann natürlich bedeuten dass du es entweder gesundheitlich merkst es seelisch oder psychisch merkst oder aber in deinen lebensumständen merkst wow nichts geht mehr und interessant ist dass obwohl du das gefühl haben kannst es geht nichts mehr spürst du bekommst nicht so richtig zur ruhe also man könnte sich jetzt ja auch hinlegen und die decke beim kopf ziehen aber das scheint irgendwie nicht zu funktionieren also ein innerer ein inneres schwungrad hält dich in bewegung und sorgt dafür dass du nicht ins ausruhen kommst dass du nicht in deine wohl ersehnte auszeit kommst in den stillstand in die harmonie vielleicht ins ausruhen ins wunden lecken whatever sondern es hält dich am laufen und jetzt möchte ich dir an diesem punkt etwa möchte ich etwas mit dir teilen was total hilfreich sein kann für den prozess und aber auch fürs endergebnis die meisten von uns oder zumindest mit den menschen mit denen ich berührung habe und du weißt wahrscheinlich ich arbeite mit menschen um sie eben durch ihre transformation zu begleiten und mit ihnen nicht nur ihr schlüsselfertiges soul business zu kreieren sondern eben wirklich ganz ganz tief in die heilungsprozesse durch diese hindurch in die kraft und in die stärke und was jetzt so interessant ist dass all diejenigen die in diesen prozessen stecken anfangen zu analysieren womit hat das zu tun was ist hier der auslöser vielleicht auch in der vergangenheit was ist die geschichte dazu was will mir das leben damit sagen habe ich irgendetwas falsch gemacht und ich empfehle mach gar nichts mach mach gar nichts je weniger du analysierst umso mehr kann das empor steigen was wirklich durchkommen möchte es geht jetzt um sehr sehr klare botschaften aus dir selbst heraus da ist etwas das ist größer als du und das wohnt in dir das was da größer ist als du ist größer als deine analyse fähigkeit ist größer als deine kritische stimme ist größer als deine selbstzweifel ist größer als deine kontrolle ist größer als das was du glaubst was du bist und dieses was da größer ist als du wohnt in dir und es gibt dir hinweise sehr klar und deutlich was jetzt für dich der nächste schritt ist diese hinweise kannst du allerdings nur empfangen wenn du aufhörst zu analysieren wenn du aufhörst alles richtig machen zu wollen wenn du aufhörst zu wollen dass es dir jetzt wieder besser geht wenn du es zulässt dass die botschaften aus der tiefe zu dir aufsteigen es kann sein dass erst eine immense wut hochgespielt wird ich hatte heute noch den fall dass eine teilnehmerin aus meiner ausbildung sie sah total fertig aus ich habe gedacht hilfe so habe ich sie noch nie gesehen und sie sagte ich möchte heute auf jeden fall dran kommen ich stecke voll in prozessen und man sah es ja an ja und sie sagt sie ist an eine wut gekommen ja und sie sind sie ist kein einzelfall ja selbst mir ist es so gegangen ja und 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 unter dieser wut ist eine ganz tiefe tiefe trauer eine tiefe verletzung und sie machte das noch an den sichtbaren umständen fest und glaubte zu wissen woran das liegt und ich bin mit ihr viel tiefer gegangen und ich sagte und jetzt lässt du alles los es geht nicht darum dass du das verstehst es geht nicht darum dass es jetzt weg geht es geht nicht darum dass es dir jetzt besser geht ich tue auch nichts aktiv daran dass es mir jetzt besser geht ja dass meine erkältung verschwindet ich spüre ich habe einen husten der sitzt so tief dass wenn ich huste ich komme da gar nicht ran ich habe häufig solche husten ketten also ich husten anfälle bis da mal so irgendwas andockt und dann brauche ich den nächsten anfall dass das hochkommt und dann brauche ich den nächsten anfall dass sich das löst so dass das hört sich furchtbar an man könnte meinen ich bin todkrank her und ja ich bin es auch aber ich lasse es zu weil ich spüre da kommt etwas so tief an die oberfläche und zwar so tief aus meiner kindlichen seele so wie bei der teilnehmerin von der ich dir gerade erzählt hatte da kommt etwas aus der tiefen kindlichen seele das möchte jetzt sich auflösen und das nenne ich den prozess der heilung und wer mir häufiger zuhört der hat bestimmt auch mitbekommen dass ich so vor einer guten woche und so lange bin ich übrigens krank dass ich eben in einen in eine erinnerung in meine kindheit zurückgeflitscht wurde die mit einem tiefen tiefen schmerz verbunden war so schmerzhaft dass ich dachte ich halte das nicht aus körperlich und seelisch emotional so einen starken schmerz dachte ich hätte ich noch nie gefühlt bis ich mich erinnerte dass ich so in der kindheit durch mein leben ging mit diesem gleichen gefühl und deswegen bin ich so dankbar dass es mir gerade nicht gut geht deswegen bin ich so dankbar dass selbst wenn es schwer ist ich so stück für stück einmal symptomatisch nach oben hole ja und damit sich eben auch ganz viel in meiner seele löst und ich unterlasse es komplett zu analysieren und mit den menschen mit denen ich arbeite dort gehen wir gerade genau den gleichen weg ich habe die nächste teilnehmerin ich habe ihr gesagt jetzt ist schluss jetzt mal alles loslassen auch nichts erreichen wollen gibt dir den raum des prozesses für dich zu erkennen was da hochkommen will und da sich das gerade häuft und auch heute auch massiv gehäuft hat habe ich mir gedacht ich spreche mal mit euch denn was so schön ist ist wenn wir durch den prozess durch sind kommt eine immense kraft zu uns die ist wirklich sehr 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 kraftvoll die da sagst du nicht mehr ich habe kraft sondern dann spürst du du bist die kraft dann weißt du dass es nichts mehr zu regulieren gibt nichts mehr zu bewerten gibt nichts mehr gibt was du nicht selbst entscheiden kannst was du mit dieser kraft repräsentierst oder aber erschafft ja da werden wir wahrscheinlich demnächst noch mal häufiger drüber reden wir hatten das schon mal angesprochen in den letzten podcast folgen aber da gibt es noch ganz ganz viel zu sagen für den jetzigen aspekt ist es ganz wichtig dass wir uns erlauben es zuzulassen und ich habe auch am ende dieser podcast folge ein wunderschönes geschenk für dich dass diesen prozess sehr schön unterstützen kann diesen zulass prozess dass da in dir etwas wunderschönes geöffnet wird dass die dinge abfließen können du brauchst dir keine sorgen machen es ist nicht so eine retraumatisierung was jetzt passiert sondern es ist einfach nur eine öffnung dass es abfließen kann und je schwieriger es ist dass es hoch dringt dass es durchdringt dass es raus fließt dass wir es zulassen umso länger braucht einfach der prozess aber selbst das ist gar nicht so schlimm ja das war es als allererstes erst einmal was ich mit dir teilen wollte ich habe da noch so ein paar sachen gerade überlegt aber die lassen wir jetzt für heute einfach mal weg wir halten diesen podcast lieber kurz und knackig und du bekommst jetzt das geschenk denn die botschaft ist einfach klar lass es einfach zu das einfach schauen was durchkommen möchte das geschenk ist von der wundervollen andrea lerbscher ich habe schon mal etwas von ihr geteilt ihr findet alle wichtigen links zu ihr hier in dieser podcast beschreibung und es ist ein musikstück was in meinem empfinden die seele befreit und wenn du magst und es dir gerade möglich ist schließt du einfach die augen und genießt von herzen das allerschönste für dich deine linda aus dem man o 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Musik Musik